Heute sind wir auf dem Wohnmobil-Stellplatz in Östrich-Winkel. Hallo und Willkommen. Ich bin Freisteh-Heidi. Es ist ein großer kostenloser Parkplatz am Sportgelände mit Stellplätzen für uns Camper. Es gibt vier Stromanschlüsse. Eine Ver- und Entsorgung fehlt. Bis in den Ort sind es nur wenige hundert Meter. Geschäfte, Restaurants findet man auf der ehemaligen Hauptstraße. Auch Weingüter laden gerne ein. Ein schöner Ort. Durch diese Unterführung ist man schon am Rhein. Hier gibt es natürlich einen großen Yachthafen. Dieser Weg wird gerne von Spaziergängen und Radfahrern genutzt. Ein Park mit Sport und Spielgeräten. Radfahrer fühlen sich hier wohl. Viele gute ausgebaute Wege. Bis nach Rüdesheim oder Eltville ist es nicht weit. Die Anfahrt von der Bundesstraße bei Edeka abbiegen. Der Straße immer folgen. Hier sind wir im Zentrum. Alles gut ausgeschildert. Unter der Bahnlinie durch. Anfahrt von der Bundesstraße bei Edeka abbiegen. Anfahrt von der Bundesstraße bei Edeka abbiegen. Immer Wohnmobilplatz, Sportgelände oder Schloss Vollrathsfolgen. Wenn, ihr könntet euch некоторые gültäter hinbekommen. So, wir sind jetzt gleich gemeinsam auf der待域 Anfahrt von der Straße fim Körpers, Sportgelände oder Schloss... ...mFO Mars an Dios kommt zu D куп tulen. Und schon sind wir an unserem Ziel. Danke für den Besuch. Ich hoffe es hat gefallen. Adios, Goodbye, Oder.